Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Auswahl an Produkten aus biologischem Anbau wird auch in unseren Gemüse- und Früchtrejons laufend grösser. In mehr als 200 Läden finden Sie jetzt Herdöpfel, Rüebeli, Blumenköll oder Äpfel unter dem GOP Naturaplan-Label. Und jede Woche kommen mehr dazu. GOP Naturaplan bedeutet, dass bei der Unkraut- und Schädlingsbekämpfung chemisch-synthetische Spritzmittel verboten sind. Das Gleiche gilt für das Düngen. Nur Kompost, Mist und Gülle oder natürliche Mineraldünger ist erlaubt. Auch eine vielseitige und abwechslungsreiche Fruchtfolge trägt dazu bei, dass die Böden fruchtbar bleiben und ein gesundes Pflanzenwachstum gewährleistet ist. Dass die Festtage mit einem riesen Schritt näher kommen, sieht man unter anderem an den typischen saisonalen Produkten, die jetzt aus allen Herren Ländern zu uns kommen und in unseren Läden auch wieder ein bisschen mehr Platz bekommen haben. Erdnüsse aus Israel, Clementine aus Spanien, Feigen aus der Türkei, Datteln aus Kalifornien oder Baumnüsse aus Frankreich sind nur ein paar Beispiele dafür. Ebenfalls ein typisches Saisonprodukt ist der Brüsseler oder Chicoré, wie das leicht bittere Gemüse, das hauptsächlich aus Belgien zu uns kommt, je nach Region auch noch heisst. Brüsseler Chicoré ist vielseitig verwendbar. Nicht nur als schmackhaften Wintersalat ist er sehr beliebt, auch als Auflauf, Suppen oder Bröteln werden die dekorativen Zepfen, die Sie bei uns jetzt übrigens zum Aktionspreis überkommen, in der Küche geschätzt. Armin Amrain wird Ihnen von heute an festtägliche Rezeptvorschläge präsentieren, die nicht viel zu tun geben oder die man gut vorbereiten kann. Am Anfang gibt es logischerweise einen Vorspeis und Sie dürfen jetzt verraten, für was für ein Frischprodukt er sich entschieden hat. Grüezi miteinander. Natürlich, eines, das gerade Saison hat und auch noch günstig ist, der Brüsseler. Mit seinen dekorativen Blättern ist er geeignet für einen schönen Salat. Ich habe die Blätter schon abgelöst, gewaschen und trocken getopft. Nösslissalat ebenfalls gut gewaschen und abgetropft. Dazu drei Clementinen filetiert und einen halben Nöpfel fein gescheibelt. Für meine Cocktailsoße nehme ich Frischkäse, Rahm, Ketchup, Cognac, Salz und Pfeffer aus der Mülle und für die, die es gerne noch ein bisschen rassig haben, einen Preis an Geiempfeffer. Jetzt Brüsseler spitzenkranzförmig auf Teller auslegen, den Nösslissalat in Mitte geben und mit der Soße beträufeln. Mit dem Clementinenfilet und der Röpfelscheibe garnieren. Zuletzt noch gehackte Baumnüsse und Schnittlauchrollen alle über den Salat verteilen und fertig ist die Vorspeise fürs Weihnachtsessen. Roggenbrot mit Anken schmückt übrigens vorzüglich dazu und das Rezept finden Sie wie immer auf der Seite mit der Aktion in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen beim Verwöhnen von Ihren Gästen und auf Wiedersehen. Auch im Markenfenster geht es heute ums Essen. Haben Sie die neue Planta schon probiert? Und wie findest du die neue Planta? Probieren Sie sauber, Sie werden es sehen. Die neue Planta mit dem frischen Geschmack. Sogar die glücklichsten Momente werden noch schöner. Viennetta. So viele Wellen feinster Eiscreme, eingebettet in knusprige Schokoladeschichten. Viennetta von Piero Lusso. Welle für Welle ein ganz besonderer Genuss. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und was wir Ihnen heute zeigen, können Sie in der Regel auch gerade mitnehmen. Auch zu Hause ist schönes Bürowetter jetzt programmierbar dank diesem funktionellen Schreibtisch in Kiefernmassiv. Ausgestattet mit geräumigen Schubladen und einer grosszügigen Arbeitsfläche gibt es zum unbürokratischen Preis von nur 360 Franken. Richtig bequem sitzen Sie dann auf diesem Bürostuhl mit individuell anpassbaren Rücken und Sitzteilen aus Stoff. In allen Coop-Toptip-Ausstellungen finden Sie jetzt übrigens den Computertisch in Buchernatur zum Preis von nur 120 Franken. Keinen Computer brauchen Sie allerdings für unsere Aktionen, die täglichen Vorteile ja auf der Hand. 500 Gramm Brüsseler aus Belgien für die Vorspisse von Armin Amrain kostet 1,50. Alle Jubilor Bohnenkaffee in der 500-Gramm-Packung sind 2 Franken günstiger. Den Jubilor Classico zum Beispiel gibt es für 4,30. Den Jubilor El Sol sogar für 3,90. Auch die Kaffee-Ram-Portionen sind günstiger. Das Duo mit 2x20 Portionen kostet 2,45. Ausserdem offerieren wir Ihnen den Satrap Partygrill 30 Franken günstiger, also wenn das keine Geschenkidee ist. Am nächsten Mittwoch zeigen wir Ihnen unter anderem Armin Amrain seinen zweiten Vorschlag für ein Weihnachtsmönü ohne Stress. Vielleicht sind Sie auch dann wieder dabei. Es würde mich freuen. Auf Wiedersehen. . Vielen Dank.